Hm, gib's mir. Gib mir die Punkte. Und da ist ein M. Das, genau das wollte ich doch haben. Das ist ein oder ein F, mir auch egal. Warte, für wen ist die Mission eigentlich? Jetzt sind es sogar schon drei. Ah, mir egal. Oh, warte, das ist eine gegenseitige, ne? Nee, doch nicht. Warte. Warte, warte. Dann ist das eine Mission für mich. An mich adressiert. Okay. Ja, das ist mir egal. Wiedersehen. So viel Leben dran, wie ich in GTA schon umgefallen hab. Ich müsste eigentlich... Es dürfte eigentlich gar kein Wasser mehr auf der Welt geben. Zu extrem ist das. Okay. Perfekt. Oh, ja. Die perfekte Lücke gefunden. Und... Und... Ah, ein bisschen weit. Trotzdem ein guter Start. Ja, was auch immer. Ich hab ein neues Auto. Diese Mission ist am Tag. Dann ist er. Ich bin einiges. Aber, wie auch immer. Das ist das Bosnisch. Aber, wie auch immer. Ich hab sagt, wie du meinst. Wacht. Ich hab ein解. Ich hab ein Kind. Okay. Ich meine, sie cool als eine Möderfucker, man. Komm mal. Komm, woher? Wir müssen uns ein paar Sachen aus dem Körner nehmen, man. Wir können uns und sprechen mit dem gleichen Zeit, mein n****. Warum die fucken wir nicht fahren? Around dem Block, mit Chop? Du musst mit deinem Böden gehen. Wir sind okay, du kleinen Lünke, sonne von B****. Komm mal, homie. Du warst mit Chop. Oh, du denkst du jetzt ein Gangster? Ihn abschießen oder den Hund? Ich kann den Hund nicht abschießen. Ah, okay. Kann ich ihn abschießen? Kann ich in ihn vorbeischießen? Das geht. Okay. Okay. Würde ich auch. Kann ich den Hund nicht doch abschießen? Aber es ist einfach nur aus Spaß. Was? Ich warte auf Lemar, ja. Lemar, du bist zu dem. Ich steck noch einen. Trottel, Alter. Wie kann man denn so dumm sein? Jihihihi. Jihihihi. Jihihi. Okay. Oh, zwei Kilometer, echt. Unsäglich. Werde ich nur fürs Fahren bezahlen im Spiel? Ich werde überhaupt nicht bezahlen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich weiß, Alter. Ich weiß, Alter. Aber guck. Ich habe diesen Kontakt. Dieser weißer Mann. Ein echtes Mann. Dieser Mann weiß die Straße, Alter. Ich weiß, dass er ein guter Huck-up ist. Wir brauchen keinen Huck-up, Alter. Ich weiß, dass... Ich weiß... ...die Straße. Du? ...die Straße. All you know is dine bag hustling, ...credit card stealing, ...boosting gas tankers, homie? Come on, man. You trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just wanna dial with something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, ...the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs, then. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. Wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand. Two days time. No killing. Nothing. Das ist einfach. Just start another beef with the fucking ballers, nigga. That's class ain't felony bullshit. We gonna keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever, homie. Lebt die Grove Street noch? Hey, what's up, Bo? Grove Street still alive, or? Damn. Shortwitty? I was just saying, I was trying to holler at you. You ain't hollin' nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. Oh, ja, das sieht nach Grove Street aus. Das sind die richtigen Farben. Well, shit, how about I put one of these low-X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, Bo-Bo. What's happening now, D-Man? Ain't no fun, if the Gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGI-ass. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, bitch. Fuck you, nigga! Man, fuck y'all! I ain't there a law against you, Mark-ass-Gangsters-Insignia-Mads wearing my- Opferärsche, okay, das ist gut. Oh, shit! Fuck you, nigga, I'm out of here! Fuck y'all, bitch! Come on, let's go! Okay, yeah. Ich weiß nicht genau, warum wir jetzt angreifen sollten, aber... mir aus. Ah, diese Ausdauer, geil. Alter, ich hab 100 Ausdauer, so schnell kannst du gar nicht gucken. Man kann der Hund mal chillen. Okay. Den hol ich mir direkt. Fuck! Egal. Geht schon noch, wir sind drin. Wir sind drin, wir sind drin. Okay, Spezialfähigkeit. Könnte ich eigentlich auch einsetzen. Ich glaub, das könnte ich machen, wenn ich nahe dran werde an ihm. Aber ich hab schon lang gesehen, dass das passiert, und ich konnt's nicht, wenn dann nicht. Schlechte Handbremse. Gutes Wasser. Jetzt hab ich irgendwie Durst. Mist. Ja, jetzt entschill doch mal. Ich will ihn ja gern abschießen, aber... Das könnte schwer werden. Ja. Oh, das könnte... Ja. Oh, ja. Was? Ich dachte, ich soll ihn umbringen. Oh, fucking... Das ist ja lächerlich. Fuck. Ne, aber dieser Headshot, das ist ja lächerlich. Da kannst du ja gar nichts gegen sagen, mein Freund. Das wär ja absolute Perfektion. Das wir uns mal verstehen. Nein, das geht schon. Oh, Gangster. We got this. Äh, gerade... Äh, nicht so gut. Auch funktioniert. Nein, entspann doch mal. Aber ich könnte ja sein Bike abschießen, dass er hinfällt. Das könnte ich machen. Ja. 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 Okay. Ähm. Fuck. Komm, John. Du musst nur nach, wie du dran kommen. Und dann... Verpiss dich. Okay. Ich erst noch nicht tut. Ich will aufs... Fuck off. Ich kann echt nicht aufs Bike schießen. Lächerlich. Wozu nützt die... Wo... Wozu ne Spezialfähigkeit, wenn ich sie nicht einsetzen kann? Pff. Go, go. Get in the bin. Schwachsinn. Man, whatever, man. Oh, Slihan. Fuckin' give a shit, man. So, Abkürzung. Tut mir leid. Nicht. Natürlich stehen die Schlange für dich. Du... Weiß gar nicht. Wieso ich mich konzentriere gar. Wenn ich das mache, dann... Das passiert ja gar nichts. Kriegt damit keinen Geschwindigkeitsvorteil. Gar nichts. Ah, verpisst euch. Ihr Wichs. Unglaublich. Ich bin im Arsch. Den hole ich doch nie wieder ein. Ah, das ist dumm. Kriegen wir schon hin... Und umgefahren. Ich kann ja aufhören Nigger zu sagen, sonst mach ich das auch noch. Aber ich darf das ja nicht! Weil ich bin weiß. Oh, fucking Downtown Bus. Verpisst dich. Junge, hier war ich. Hier... Hier ist das Kino nebenan. Ja, geil. Kann ich das Motorrad nehmen? Wär auch langweilig sonst. Komm schon, guter Hund. Rasier ihn! Ah, ernsthaft. Nein, okay, warte. Da war ein Loch für den Hund. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ist dieses Leiden notwendig? Oh, wow. Der hat gesessen. Der hat gesessen. Warum kann ich ihn nicht einfach... Ich meine, einfach in den Arsch schießen oder so. Ich meine, das passiert ja nicht. Schlimmes. Gehen wir unser Geld immer noch. Oh. All you had to do was follow the goddamn train, CJ. Okay. Vielleicht ist der Chop und alles aus seiner Perspektive zu sehen. Ich meine, ernsthaft? Hallo? Ich bin ein guter Wagen gerne. Ich bin ein guter Wagen gerne. Ich bin ein guter Wagen gerne. Für live, CJ. Komm schon! Ich warte tatsächlich auf ne Cross-Reference zu... Geht erst in den Andreas. Wenn wir schon in der selben Stadt sind. Komm schon, Chop. Mach! Siehst du überhaupt nicht bedrohlich aus. Siehst du aus, wenn wir wirklich... richtig knuddeln wollen. What the fuck are those balls, man? What the fuck are those balls? Hallo, kannst du das aufmachen? Andere Seite. Was hat er gesucht? Job fucking. Das ist ein Kerl, okay. Ich meine, whatever. Ja, das hat mir auch jemand geschrieben. Die iFruit App ist tatsächlich echt fürs Smartphone. Oder Tablet, was ich nicht besitze. Also, das hat sich erledigt. Der Hund, der gerade noch... Naja, von mir aus. Ja, danke. Ja. Ja, das ist ja bisher alles ganz witzig und so. Ja, aber, also ich meine, warum? Hier ist das Kino, sag ich doch. Ich weiß doch, wo wir sind. Ich kenne diese Karte wie die Tasche meiner Weste, die ich nicht besitze. So gut kenne ich die. Okay. Hat er mal eigentlich dieselbe Stimme wie... CJs Bruder, ist er Andreas? Oder wie ist er nochmal? Aber ich fände durch seinen Namen nicht ein. Das ist nicht Ryder, das ist nicht... Ah. Ah, ihr wisst schon nicht meine. Was? Anhalten? Okay. Hat sich irgendwie nicht gelohnt. Ich mache überhaupt nichts. Fichser. Ich hätte direkt zu Michael gehen sollen. Jetzt ist mir alles zu abgefuckt hier. Oh, aber die sind Nigger. Kann sie nie rechnen. Na gut. So, jetzt muss ich nur noch... Also zu Michael. Ah, jetzt sehe ich es auch. Hier Blau ist für Michael. Grün ist für mich. Das ist eine ziemlich große Karte. Was ist das? Eine Seilbahn. Okay. Ey. Von mir aus. Das ist halt eine Seilbahn. Ähm. So. Zwei Kilometer. Nicht unbedingt. So, lass mal nicht machen, so. Recreation Center and Park. Wohnt er da? Wohnt er mal? Ich meine, ich verurteile die Mann. Ich will es ja nur wissen. Ich will nur wissen, ob ich ein Taxi bekommen kann. Das ich nicht selber fahren muss. Nice. Kann ich eigentlich... Also ging es eigentlich ein GTA 4 auch? Was mit dem Taxis rufen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, man konnte eine gewisse Zeit lang einen Roman anrufen, aber das... Das hat sich dann auch irgendwann erledigt. Roman hat ja das Taxi-Unternehmen. Ich warte immer noch auf dieses Taxi. Oh, wir sind ja in der Großstadt. Sollte ein Taxi nicht alle 5 Meter zu finden sein? Ja, übrigens auch Lamars Wagen erst mal auf der Straße stehen lassen. Whatever. Okay. Oh, fucking give a shit, Nigel. Nigel. Okay, dieses Taxi-Ding, das... Lassen wir einfach mal. Selbst das ein GTA 4 war schneller, wenn man mal eins bekommen hat. Das ist das, was schon langsam ist. Fuck. Mit dir ein Taxi? Nein. Doch, hier. So. Oh, ja. Mh, gibts mir. Da zahle ich auch gerne mal 100 Dollar für. Es gibt mir zu denken, dass ich schneller gewesen wäre, wenn ich einfach normal gefahren wäre. Aber na gut, das müssen wir mit leben. Wann beginne eigentlich die, äh, interessanten Missionen? Okay, buddy. Um das mal zu fragen. 32 Dollar. Zahle ich gerne jedes Mal wieder. Wenn das Taxi schneller wäre. Oh, M? Hallo? Oh, fuck. Oh. Oh, fuck, my wife and my old pet? Hey, you! Stop it! What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked the frickin' my pet. You bullshitting me. It wasn't like that. You win? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this mother fucker. Just go kill him! Der Tennis-Lehrer. Ich meine, so ein Tennis-Lehrer, das wussten wir ja schon. Aber dass wir ihn so schnell erledigen dürfen, das ist neu. Ja, Back in the Hood, gar nicht. Ja, das stimmt. Du bist ein Klischee. Michael, das Junge, Junge, das bist du. Das ist ein Wichser nur noch erwischen. Was ist denn? Michael hat Spezialfähigkeit eigentlich. Also im Auto ist sie nicht zu finden. Ah, fuck off. Ah, da kennt sich jemand aus. Oh, bitte. Was ist eigentlich hinten drauf? Habt ihr es mal irgendwie zum Abschleppen gedacht oder so? Seil, Seilwind, äh, keine Ahnung. Was auch immer. Yeah, yeah, yeah. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Oh, jetzt ist er weg. Schade. Weißt du, wenn wir einmal draufknallen und... Von mir aus. Dann wollen wir die Sache mal, ne? Durchziehen. Ich wusste, da ist eine Winde. Ich hab das nicht so gut aus. Ich habe das gehört. Ich hab auch das, was ich hiermit. Ich hab das nicht draufknallen. Ich hab das nicht draufknallen. Sometimes it's gotta get worse to get better. Well, maybe I should come up there and practice my backhand on your face. Bud, your negative energy is seriously bringing me down. I hope it is, bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife. Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say it. That was uncool, but my bad. Seriously. Ich glaube, ich habe die ziemlich richtige Idee, ja sicher. Oh ja. Oh, das ist gut. Oh ja. Oh ja. Er geht noch. Oh ja. Oh shit, nigga. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich weiß nicht genau, warum ich hier gerade runterfahre, aber okay. Okay, bestimmt ein Grund, das wird nicht losgehen. Ja, dann hat irgendwer jetzt ein Problem, aber nicht ich. Gold, Gold, Gold! Gold, Gold! Martin Madrazo, gibst euch Gold! Oh, ich bin Angst, Frau. Ich bin Angst, Frau. Ich bin einfach verrückt. Ähm... 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 Wechsel möglich. Ja, okay. 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 Drücke R2, aber es wird nicht geschossen. Warte, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt kann ich doch schießen. Ich hab das Gefühl, als steuere ich irgendwie beide gleichzeitig ist ganz... ...komisch. Komm, jetzt lad erst mal nach, Junge. Dann können wir weiterreden. Na, wo seid ihr die Wichser? Warte. Na komm. Ja. Warte. Ja, es ist ja niemand hinter mir. Wo soll ich denn drauf schießen, wenn es da ist? Wenn der Schusssaunt manchmal aussetzt. Es ist gar nicht so einfach so zu zielen. Glaubst du da nicht, aber... Glaubst du ruhig. Na komm. Na komm. Oh, er ist so nah dran, ne? Aber Controller zu schießen, kannst du vergessen. Dankeschön. Perfekt. Okay, wechseln wir. Okay, wechseln wir. Okay, wechseln wir. Okay, wechseln wir. Okay, wir gehen nach Hause. Wow. Shit. Wir haben gut gemacht. Ich meine, deine Schuss sind überall, aber du warst ein Held. Haha, danke. Ich glaube. Hey, nicht auf die Schuss. Geh nach einer Schuss. Arbeit auf deine Schuss. Wir werden gut gemacht. Wir werden gut gemacht. Oh, fuck man. Shit, du gut? Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Nein, das ist gut. Du okay? Du gut gemacht, kid. Ich bin cool, Mann. Ich meine, du. Mentale. Mentale. Oh, Mann. Ich bin super, Mann. Ich meine, du. Mein Herz nicht so gut wie das in Jahren. Oh, Mann. Ja, das ist gut, Mann, Mann. Mann, du. Du bist irgendwie dum. Du bist nur mitgeberst von den Messen und die Bassenen bis zum Los Santos. Verwere mich. Wir haben das. 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 Wir sind an. Wir sehen, was passiert. Ja. Ist alles ganz nett. Wie der Typ mich nicht erschrocken hat, weiß ich auch nicht, aber egal. Übrigens schöner Song im Radio, der jetzt gesperrt wird. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das war's.